Hallöchen und willkommen zurück zu Shift Happens mit TinkerLeo. Heyo! Hallo! Na, wie geht's dir, kleinen blauen Ding? Ich kleinblaue so vor mich hin und bei dir dickes, flüschiges, flauschiges... Wow! So schnell kann's gehen, ja. Ich muss gerade mal wieder... Ah ja, guck mal, ich muss mich wieder einfinden, wie ich das ändern konnte, ne? Warte mal, pass mal auf, pass mal auf, ich hab direkt eine Idee hier. Klatsch mich direkt... Ah, du willst direkt nach oben schmeißen? Ja, ich dachte, da wäre was. Aber da war leider natürlich nix, ja. Wir haben natürlich wieder den Ansporn, alles zu schaffen. Auf jeden Fall, werf mich da hoch. Kann ich dich hochwerfen? Ah ja. Jetzt nochmal. Oh, warte, und jetzt nochmal, ich drücke da bei X. Uh! So, bäm. Dann muss ich mal gucken, ob man irgendwo durch kann. Ach du, ja, viel Spaß dabei, ne? Du machst das. Was muss ich tun? Ah, okay. Da reinspringen. Okay. Oh, 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 jetzt kommt! Ich wollte dir nur zeigen, wie es geht, ja. Also, wir haben ja noch keine, wir haben ja noch keine, keine Pünktchen, ja. Ich glaube, du musst mich wiederholen. Naja, achso, ja stimmt, ich muss das machen. Oh, ich schuldige. Hold me back, okay. Oh, ich spring so hoch gefühlt, ja. Immer wenn du springst, mach ich weiter. Ich glaube, es ist okay, wenn ich erst sehe, dass du springst und dann weiter drücke. Oh, ich glaube, es klappt sogar. Okay. Wow! Warte mal, ich möchte das da oben holen. Deck, ne? Oh, nee, das, das, oh Gott. Kriegen wir das hin? Nein. How about no? How about let's give it a shot? Komm, ein Versuch. Ja, okay, okay, okay. Okay, los. Ach! Warte, ich muss nicht mehr so. Okay, okay. Hold you. Okay. Mist. Warte, wir kriegen das noch hin. Nein! Aber eigentlich ist es machbar, ne? Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich befürchte, es ist machbar. Ja, ist es. Pass auf. Nein! Oh, so close. Ah, dieses zu hoch springen. Okay, wir können es gleich, du kannst es gleich auswendig, dann ist es noch klar. Ja. Schmeiß mich, schmeiß mich, nein! Oh, 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 oh! Okay, aber wir kriegen das hin. Wir machen das einmal, fertig. Wie machen wir das denn am Ende? Dann musst du springen. Und wenn du, oh, sorry. Du hast es ja dann und dann ist es ja egal, ob du tot bist. Hauptsache, wir kriegen das letzte. Ach so. Oder nicht? Ich glaube, ich kann gar nicht so hoch springen. Ich glaube, du musst dann zu mir springen. Und du schmeißt mich. Ich muss dich schmeißen, ja, ich hab schon. Okay, das kriegen wir hin, pass auf. Oh, shit. Ja, das war Absicht, volle Absicht. Total. Ich glaube gar nicht, wie viel Konzentration das erfordert. Immer dann im richtigen Moment. Ach, die grüssen könnten es nimm. Ja, siehst du nicht, ich rede nur einmal. Oh. Oh, Profis am Werk. Ja, alles wie immer, ne? Ach, Mann! Ich hätte gerne Flachspringeinstellungen. Flachspringeinstellungen. Hab ich auch noch nie gehört, aber finde ich sehr witzig. Okay, 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 okay. Schmeiß mich, schmeiß mich. Was? Ich... Ah, ich kann mich nicht aufheben, wenn ich vor dem Himmel stehe. Ich glaube, du musst springen. Wir versuchen das nochmal. Okay, dann probieren wir es mal, wenn ich... Oh. Ah ja. Dann probieren wir es mal, wenn ich muss springen. Ach, come on! Diese scheiß Stacheln. Warte. Hopp. Ich will mal ein Stück zurücklaufen. Okay. Nein! Wenigstens verlieren wir noch keine Punkte dadurch. So. Warte mal, ich habe nasse Hände. Ich muss die einmal trocken machen. Ja, das ist echt übel, ne? Und los. Und jetzt springen. Spring, spring, spring! Na, du Dickerchen, hast du es nicht gesch... Woops. 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 Nochmal. Ach, ja, ja. So. Okay. 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 Okay, und los. Du musst gleich springen, nicht laufen, ne? Spring, 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 spring. Ich komme mal nicht dran. Dann musst du vorlaufen und mich schon nehmen, wenn ich zu dir springe. Weißt du, was ich meine? Ähm. An den Rand, damit du mich auch mit X kriegst. Achso, du meinst, dass ich... Ähm. Ne. Was? Weißt du, wenn du hier stehst... Warte, wenn ich... Achso, du meinst, dass ich dich... Und dann spring ich dir in den Arm. Der geht an den Hebel. Ja. Auch hier ganz vorne, ja. Aber warte mal, lass mich mal ganz kurz... Also nichts... Okay, hier kann ich dich fangen, aber das ist ein bisschen... Ja, aber... Oh, ich muss mich einfach klein machen. Oh, warte, aber du hörst auf auf dem zweitrechten. Ja. Das heißt, du musst noch einmal dann ganz am Ende... Okay, warte mal, mach mal bis zum dritten und ich versuche, ob ich bis ganz nach rechts komme. Huah. Achso. Ja, okay, das geht. Also dann mach mal eins rüber noch. Warte, 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 ganz kurz. Das heißt, ich muss jetzt klein sein und dann da hoch springen. Ja, okay, das... Das kriegen wir hin, okay. Ja. Okay, das heißt, sobald ich den Hup und rüber gesprungen bin, musst du rennen. Mach ich mich klein und dann abgeht's. Boah, das ist jetzt hier voll Try-Hard-Mode-Engage, ey. Oh, du hast es noch geschafft. Ich dachte gerade so schein... Ja, alles gut, alles gut. Was wäre dieses Spiel, ohne es ultra hart zu verkacken? Krass, so groß. Ich meine, natürlich called it. Okay. Ja! Belebt mich zuerst wieder, belebt mich zuerst wieder. Wow. Ich hab dafür die Errungenschaftsschnorrer gekriegt übrigens, just saying. Wofür hast du das gerade gemacht, das? Offensichtlich. So, du musst jetzt ichsen und mich plattformen. Was muss... Einfach nur links, rechts. Oh Gott. Okay, immer wenn ich springe, einfach... Oh mein Gott, wie springt man flach? Offensichtlich so. Ach komm schon! Ich hab dich zuerst wiederbelebt, aber ich... Hey, 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 hey. Oh, come on. Au. Okay. Ja, alles wie immer, wie gesagt. Ey, das ist gar nicht einfach, Mann. Komm, du kriegst deine Punkte. Das ist nicht so einfach, ne? Nee, gar nicht. Ich hätte gerne auch eine Flachspringeinstellung, ey. Oh Gott, sei Dank, ey. Jetzt schmeiß mich mal hoch. Mehr erstens. Und... What? Oh! Das war zu weit. Müssen wir da einfach... Ich glaube, wir müssen beide auf das Ding, ja. Aber dann geht's vielleicht runter. Ah, nee, guck mal. Oh. Ich glaube ich nicht. Ich glaube, ich muss mich durchwerfen von unten aus. Oh. Ja, nein. Oh, du... Durch. Oben. Na, wenn wir hochfliegen vielleicht. Na, ich muss gleich, ich muss doch springen. Hm. Aber müssen wir wieder wechseln. Warte. Mach dich mal groß, wenn du oben bist. Okay. Oh, shit. Okay, ja. Okay, ich glaube, das funktioniert. Warte, warte, warte. Ach, du meinst. Oh nein, wir können einfach... Oh, wir können ja hochspringen. Hä? I'm so confused. Kannst du hochspringen auch? Ja, ja. Warte. So, blöpp. Was ist denn, wenn wir tauschen, wenn wir oben sind, weißt du? Ja. Oh. Well. Huh. Well, that was easy. Ich glaube, links rum ist was. Wie, da oben, du meinst, das ist ein Geheimgang? Ja, oben links. Oder es sieht doch so aus wie so eine Höhle oder sowas. Meinst du? Ja! Oh Mann, du bist so klug. Das Problem ist, wir brauchen, glaube ich, beide hier. Jetzt ist nur die Frage, wie ich da wieder hochkomme. Mach dich mal dick und zieh mir deinen Bauch. Ja, ich weiß nicht, wie ich zu dir kommen kann wieder. Ich auch nicht. Wenn du stirbst, bist du wahrscheinlich wieder genau da, ne? Ich glaube schon, aber irgendwie müsste ich ja zu dir hochkommen können. Ich überlege jetzt gerade, aber ich... Ich versuche mal, ich sterbe mal und du... Probier mal. Oh nein, ich komme da drüben wieder. Ja. Mist. Dammit. Was ist, wenn wir beide ziehen? Zieh du auch mal. Ne, ich zieh eine andere Richtung, aber es klappt besser, wenn wir beide ziehen. Äh, wenn du ziehst. Zieh mal. Ach, schade, Mann. Das ist ja mies, ey. Jetzt haben wir nur deswegen... Das ist voller Deadlock hier, ey. Nope. Keine Chance. Schade. Dies war es meine Schuld. Everything good. We have the same as here. Ja, tja. What the shit. Wow. Ah, so close. Ja. Ja, tja. Du bist so ein Arsch. Offensichtlich. So, jetzt du press den Button und ich gehe hier durch. Warte, kannst du so den Button pressen? Ne, ne? Ich kann aber hier wieder groß sein. Oh, that was close. Oh. Upsi. Das kann ich jetzt nicht, ne? Ne. Ne. Ne, okay. Komm ich zurück. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da will er meine Punkte fressen. Obviously. Die sind natürlich super lecker, also. So. Oh, ich glaube, wir müssen hier als kleiner drauf. 2? Ja. Oh. Warte. So, was müssen wir da tun? Ah ja, gehen wir rüber. Oh Gott, okay. Oh shit, okay, I see. Willst du jetzt nochmal? Du hast die Punkte nicht mitgenommen. Ja, deswegen sage ich nochmal. Ich habe deinen kleinen Arsch schon aufgespießt gesehen. Das war nichts. Oder in der Lava. Oh, warte. Okay, gotcha. Okay, jetzt muss ich dieselbe Sachen machen, wahrscheinlich. Uh. Easy. Ja, nice. Easy, easy, easy. Okay. What the? Ich bin ein Portal oder was? Was weiß ich. Warte mal, ich klappe mal. Oh ja, warte, warte, warte. Ne, warte, warte. Ich muss den, glaube ich. Oh ja, ja, warte. Ja, ja, ja. Also, hab ich dich. Hey. Ja, gut. Ne, da muss der grüne, oh Gott, der grüne Würfel muss hier hin. What? Ja. Da unten sind so Plattformen. Siehst du das? Ja, ne? Ja. Schau mal den, 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 den Orangen da drauf. Ne, ne, das ist es nicht. Ich dachte, dass vielleicht nur der Orange dann da einsinkt. Warte mal. Genau, du musst das Ding da irgendwie. Ja, zieh nochmal zurück. Okay, mach nochmal runter. Mach nochmal runter. Pass auf, wir machen den roten so weit wie möglich rüber. Und den auch. Oh, damit der grüne über die anderen kommt, oder was? Ja. Warte. See what you did there. Okay, und hoch. Und wieder runter. Nice. Du musst das hier. Warte, I help you, I help you. Oh. There you go. So. Ziehen wir den noch voll rein. Jetzt muss der rote... Auf die andere Seite. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt den roten über den... Ne, Quatsch, lass doch einfach den Orangenen über den roten schieben. Genau, ich hab grad nämlich überlegt, andersrum geht's nämlich nicht. So. Okay. Bip. Okay. Nice. Ja, nice. Easy. Aber richtig easy. Guck mal, als wären wir nie weg gewesen, ne? Ja. Profis am Werk. Warte mal. Wir müssen von hier oben springen. Schmeiß mich. Ich fang dich, komm. Okay, warte. Du gehst zuerst runter, du springst zuerst runter, machst dich dick und dann springe ich runter, mach mich dick. What? What? Langsam. Vielleicht müssen wir gleichzeitig springen. Oder? Ein auf drei. Eins, zwei, drei. Oh, wir müssen den Würfel hier runter werfen. Oh, okay. Okay. Und ich hol ihn schnell. Achso, warte mal. Ich glaube, ich muss dich holen, sonst bist du aus dem Bild und stirbst, oder nicht? Komm. Ich glaube schon, ne? Bin mir nicht mehr sicher. Ich will es nicht riskieren. Ich will es nicht riskieren. Oh, wir sind schon durch. Wir waren gut. Komm, wir haben fast alle Punkte bekommen. Ja, das ist eine. Gibt es den Bonus schon da? Ja, das ging ja leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir den Bonus überhaupt gesehen haben. Gab es hier einen Bonus? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob es hier einen Bonus gab. Ich meine, von den Punkten, guck mal, 70, 75, äh, 50. Nein, das sind die paar da oben. Ganz klar, ganz klar. Egal. Pro 45, ist ja auch egal. So, Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Haben wir geschafft. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Level dann wieder. Bis zum nächsten Level, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüss.